Servus, wir sind jetzt hier im Kaufhaus Bauer mit Tom und Basti. Die spielen heute noch bis halb elf und geben mir jetzt ein kurzes, wortloses Interview. Und die erste Frage wäre, wie oft war ihr denn eigentlich hier schon auf dem Drumherum? Und so heute beim Auftritt, wie gefällt es euch? Wie sind die Leute so drauf? Was könnten die noch besser machen? Und was macht ihr heute noch besser?